Textbuch, ein Kurs in Wundern, Greuthofer Lag, Kapitel 17, die Vergebung und die heilige Beziehung, Nummer 4, die beiden Bilder, Teil 2, Absatz 10, Seite 360 bis 361. Deshalb ist der heilige Augenblick bei der Verteidigung der Wahrheit derart wichtig. Die Wahrheit selbst braucht keine Verteidigung, du aber brauchst Verteidigung dagegen, dass du des Todes Gabe angenommen hast. Wenn du, der du, die Wahrheit bist, eine Idee akzeptierst, die so gefährlich für die Wahrheit ist, dann bedrohst du die Wahrheit mit Zerstörung. Jetzt muss etwas zu deiner Verteidigung unternommen werden, um die Wahrheit ganz zu bewahren. Die Macht des Himmels, die Liebe Gottes, die Tränen Christi und die Freude seines ewigen Geistes werden aufgeboten, um dich gegen deinen eigenen Angriff zu verteidigen. Denn du greifst sie an, der du ein Teil von ihnen bist, und sie müssen dich retten, denn sie lieben sich selbst. Der heilige Augenblick ist eine Miniatur des Himmels, die dir vom Himmel geschickt wird. Auch er ist ein Bild, gefasst in einen Rahmen. Doch wenn du diese Gabe annimmst, wirst du den Rahmen überhaupt nicht sehen, weil die Gabe nur durch deine Bereitwilligkeit angenommen werden kann, deine ganze Aufmerksamkeit auf das Bild zu richten. Der heilige Augenblick ist eine Miniatur der Ewigkeit. Er ist ein Bild der Zeitlosigkeit in einen Rahmen der Zeit gefasst. Wenn du dich auf das Bild konzentrierst, wirst du begreifen, dass es allein der Rahmen war, der dich denken ließ, dass es ein Bild sei. Ohne den Rahmen wird das Bild als das gesehen, was es darstellt. Denn so wie das ganze Denksystem des Ego in seinen Gaben liegt, so liegt der ganze Himmel in diesem von der Ewigkeit geborgten und für dich in der Zeit gefassten Augenblick. Zwei Gaben werden dir geboten. Jede ist vollständig und kann nicht nur zum Teil angenommen werden. Jede ist, völlig verschieden gesehen, ein Bild all dessen, was du haben kannst. Du kannst ihren Wert nicht vergleichen, indem du ein Bild mit einem Rahmen vergleichst. Die Bilder nur musst du vergleichen, sonst ist der Vergleich gänzlich bedeutungslos. Erinnere dich daran, dass es das Bild ist, das die Gabe ist. Und nur auf dieser Basis steht es dir wirklich frei zu wählen. Sieh dir die Bilder an. Alle beide. Das eine ist ein winziges Bild, kaum zu sehen unter den schweren Schatten seiner gewaltigen und unverhältnismäßig großen Einfassung. Das andere ist leicht gerahmt und hängt im Licht, gar lieblich anzusehen als das, was es ist. Du, der du so sehr versucht hast und immer noch versuchst, das bessere Bild in den falschen Rahmen einzupassen und somit zu kombinieren, was sich nicht kombinieren lässt. Akzeptiere Folgendes und sei froh. Diese Bilder sind jeweils vollendet eingerahmt für das, was sie darstellen. Das eine ist so gerahmt, dass es unscharf ist und nicht gesehen wird. Das andere ist so gerahmt, dass es vollkommen klar zutage tritt. Das Bild der Dunkelheit und des Todes wird immer weniger überzeugend, wenn du es zwischen seiner Verpackung hervorsuchst. Jeder sinnlose Stein, der aus dem dunklen Rahmen hervorzuleuchten scheint, wird matt und leblos, sobald er dem Licht ausgesetzt wird und lenkt dich nicht mehr von dem Bild ab. Und schließlich schaust du das Bild selbst an und siehst zu guter Letzt, dass es ungeschützt von seinem Rahmen keine Bedeutung hat. Das andere Bild ist leicht gerahmt, denn die Zeit kann die Ewigkeit nicht enthalten. Hier gibt es keine Ablenkung. Das Bild des Himmels und der Ewigkeit wird immer überzeugender, je länger du es ansiehst. Und endlich kann es jetzt, durch einen wirklichen Vergleich, zu einer Verwandlung beider Bilder kommen. Jedem wird sein rechtmäßiger Platz gegeben, wenn man beide in Beziehung zueinander sieht. Das dunkle Bild, ans Licht gebracht, wird nicht als angsterregend wahrgenommen. Die Tatsache hingegen, dass es nur ein Bild ist, wird endlich klar. Und was du dort siehst, wirst du als das erkennen, was es ist. Ein Bild dessen, was du für wirklich hieltest und sonst nichts. Denn jenseits dieses Bildes wirst du nicht sehen. Das Bild des Lichtes wird in klar umrissenem und unmissverständlichem Kontrast in das verwandelt, was jenseits des Bildes liegt. Während du es betrachtest, begreifst du, dass es kein Bild ist, sondern eine Wirklichkeit. Dies ist keine bildliche Darstellung eines Denksystems, sondern der Gedanke selbst. Was es darstellt, ist da. Sanft verblasst der Rahmen und Gott steigt in deiner Erinnerung auf und bietet dir die ganze Schöpfung an, im Austausch für dein kleines Bild, das gänzlich ohne Wert, und völlig der Bedeutung ledig ist. Während Gott zu seinem angestammten Platz auffährt und du zu deinem, erfährst du die Bedeutung der Beziehung wieder und erkennst, dass sie wahr ist. Wir wollen in Frieden gemeinsam zum Vater auffahren, indem wir ihm die Vorherrschaft in unserem Geist einräumen. Wir werden alles gewinnen, wenn wir ihm die Kraft und Herrlichkeit geben und keine Illusion darüber beibehalten, wo sie sind. Sie sind in uns durch seine Vorherrschaft. Was er gegeben hat, ist sein. Es leuchtet in jedem Teil von ihm, wie auch im Ganzen. Die gesamte Wirklichkeit deiner Beziehung zu ihm liegt in unserer Beziehung zueinander. Der heilige Augenblick leuchtet auf alle Beziehungen gleichermaßen, denn in ihm sind sie eins. Denn hier ist nur Heilung, die bereits vollständig und vollkommen ist. Denn hier ist Gott und wo er ist, kann nur das Vollkommene und Vollständige sein. Und hier ist Gott